Hallo und herzlich Willkommen zu Manuel am Abend. Heute gehe ich wieder mit der Hunde raus. Ja und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt wechsle ich kurz den Ort und wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir haben in Manuel Abend, haben wir den Ort gewechselt. Wie ihr seht, ist es natürlich so, dass es auch langsam Herbst wird und ja, das sieht man an den Bäumen. Überall sind die Blätter ab. Da kommt der Hund, der eine ohne Leine. Bei ihm ist das noch ein bisschen komplizierter. Aber Manuel am Abend soll trotzdem auch für euch weitergehen. Ja, noch mal die Hunde. Gimmi. 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 Naja, er läuft ein bisschen trä. Aber es lohnt sich. Auch in Manuel am Abend. Hier, diesen Weg. Dort haben wir mal einen Abend gedreht. Auch weiter zu gehen. Ja. Wie man sieht, viele Blätter auf dem Boden. Aber das liegt daran, dass es Herbst wird. Oh ja. Es ist nun mal so, wenn es Herbst wird. Auch in Manuel am Abend wird es Herbst. Dann lasst uns mal weitergehen. Der Chico läuft schon an und voran. Er zeigt uns zwar nicht, wo es lang geht, aber ich zeige jetzt noch mal Blätter. So ähnlich hat es in Langbergpark auch ausgesehen. Und ja, was ich natürlich noch mal wiederholen darf oder sagen darf. Ich habe ja von euch auch Kritik bekommen in Sachen Wiederholung, dass ich vieles, viel mich wiederhole. Und das versuche ich einfach mal, auch in dieser Folge abzuschleifen. Das heißt, es war ein bisschen weniger zu machen. Wird auch immer für euch was Neues dabei. Gimmi suchte noch ein schönes Plätzchen. Ja. Und auch er muss mal. Und solange er es ins Gebüsch tut, kann übrigens keiner hineintrampeln. Oder nicht? Ah, da müssen wir jetzt auch nicht den gucken, oder? Na, machen wir es doch trotzdem mal. Sehen konnte die da nichts. Der Chico steht dort. Aber egal. Manuel am Abend, Fans. Habt Spaß. Und ich muss jetzt... Jetzt auch leider wieder Schluss machen. Bis morgen, 19 Uhr, hier bei uns.